Mein Name ist Christoph Hohwold und zusammen mit meinem Team bin ich verantwortlich für die Abstimmung unserer Dieselmotoren. Abstimmung bedeutet heutzutage rund 16.000 Parameter in der Motorsteuerung so abzustimmen, dass wir diesen wunderschönen Insignia Sports Tourer so vorfinden, wie wir ihn heute hier sehen, als einen Wagen, der wirklich Spaß zu fahren in jeder Lebenslage vermittelt. Sie können sich den Biturbo so vorstellen, dass es sich im Grunde um zwei Motoren in einem Motor handelt. Wir haben den Motor mit einem kleinen Turbolader ausgestattet, der dafür sorgt, dass wir schon bei ganz niedrigen Drehzahlen enorm viel Schub in diesem Motor zur Verfügung haben. Bei hohen Drehzahlen dann arbeitet ein zweiter Turbolader, der schaufelt dann so viel Luft in diesen Motor hinein, dass wir die Spitzenleistung von 190 PS in diesem Fahrzeug erreichen und damit wirklich ein Fahrzeug schaffen, das in jeder Fahrsituation, egal ob sie im Urlaub irgendwo in den Bergen Pässe hochfahren oder ob sie Langstreckenreisen auf der Autobahn machen oder einfach nur einkaufen fahren, immer das Gefühl eines sportlichen Fahrzeuges vermittelt. Ich denke, es werden vor allem die Rückleuchten des schönen Hecks von diesem Insignia Sports Tourer sein, die sich in das Gedächtnis der Leute einbrennen werden. Es macht wirklich Spaß, dieses Fahrzeug zu fahren und ich denke, auch sie werden jede Menge Spaß mit diesem Auto haben.